ja dieses ist ein stirnband aus einem fremdartigen metall das zu fähig ist selbst den stärksten verstand zu unterwerfen vielleicht könnte man diesen gegenstand dazu einsetzen einen gedankenschüler zu unterwerfen dazu zu bringen welche eine fluchtmöglichkeit aus diesem höllischen gefängnis zu eröffnen ja nehmen wir mal drei stück mit das sollte erst mal reichen fürs erste so keldon ja jetzt kommt der lustige teil an der sache ich weiß gar nicht habe ich damals überhaupt bisher geschafft gehabt ich glaube ich habe es immer verpeilt mit dem blutbecken richtig zu machen der angriff war nicht gut es hat geklappt gehabt ich bin bereit jawohl wie ihr wünscht so wir haben den elifiten für uns gefunden das problem ist das hilft nicht ewig führt mich ich bitte meine dienste und mein leben wenn nötig der hafe übrigens oh gifs das hat ihr gut gemacht die gits yankee sind jetzt frei vom gedankennetz der elitiden unsere eigene kraft ist wieder frei und wir können diesen ort auf den schwingen unseres willens verlassen ja dann ist ich glaube nicht dass sie uns mitnehmen sie lassen uns hier zurück ihr werdet hier bleiben fürchte ich denn wir können euch nicht tragen und dabei in freiheit bleiben wir werden in der zukunft zurückkehren und all den schmutz beseitigen die ihre tentakeln berührt haben ah ich wusste dass ich nur nicht trauen kann dann geht aber wenn wir uns wieder begegnen werden wir uns gegenseitig an die kehle gehen nehmen wir die zwei das ist annehmbar wir werden abwarten ob ihre kraft ob ihr die kraft aufbringt euch an diesen aus diesem ort zu befreien wenn ihr diesen ort erobern könnt wenn ihr das älteste in ihren tötet könnt werden alle türen weit aufschwingen und ihr könnt gehen wohin ihr wollt wenn nicht werden wir zu einem späteren zeitpunkt mit großer kraft zurückkehren dieses drecksloch wird ausgemerzt ich hoffe ihr seid erfolgreich und das älteste herrn geläht unter eure füße ich hoffe auch dass der arm der unser silberschwert schwingt gegen euch verliert ja die pflicht auf das gute schnelle als schick ticker schnell pratschen naja theoretisch könnten wir müssten wir jetzt eigentlich raus können das heißt wir müssen jetzt das großhirn töten offenbar konnte man die givieng wirklich vertrauen aber du bist zu einem gewissen punkt simians und seine männer haben sich abgesetzt und ich kann zusehen wo ich bleibe sie sind gegangen nachdem sie mir noch einmal vorwürfe gegen das diebstahl ihres silberschwerts gemacht haben der war für die von semer war ihm bekommen habe da ich im gegensatz zu den givieng nicht über die möglichkeit zum teleporten zur teleportation verfüge konnte ich ihnen nicht folgen also muss ich mich mit einer ganzen stadt aufgebrachter gedankenschinder herumschlagen ja das ist jetzt der teil der spaßig wird ich warte gut ah der teil durch den wir uns auch irgendwie hindurch boxen können irgendwie wir haben uns ja schon mal ständig durch gedankenschinder geboxt im elifiden dungeon und äh hat kattler das problem ist ab hier wird's lustig genau das ist dann das große problem ich glaube das ist eigentlich glaube ich nicht ich weiß es nicht mehr ab hier ist in die vielen dann schon für mich ziemlich unbekannt ich habe nämlich damals irgendwie das hier nicht mehr hink nicht hingekriegt als ich das letzte mal gespielt habe ich warte was immer ihr wünscht ja wenn ihr es wollt ich bin bereit und mein hauptproblem ist ich kann es nicht bannen aber doch wenn es das ist was ihr wollt äh ja 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 verstanden so in kürtus erst mal die erdkolosse loswerden ich war euer wunsch ist mein Leben ja ja erhira wurde gemampft ok ok keine große herausforderung hm nun gut die dienerin schon erledigt ja verstanden so dann locken wir mal viel zeug an wieder so in kürtus pulkur imperium imperium hm in kürtus pf na ich warte auf eurem zu ok ok schön eh ja press los spurt es geht klar ich war was immer ihr wünscht ja aber gerne Das ist sehr unschön. Hm. Gut, dann locken wir sie jetzt erstmal hier aus der Reserve. Man kann nie wissen, was für Gefahren an einem Haus wie diesem lauern können. Furchtbar mal. Dann brauchen wir auf jeden Fall Schutz vor dem Bösen. Und eine Verteidigungskoordination wäre auch nicht schlecht. Göttliche Macht noch. Ich warte. Äh. Friesi, Ali, Ferre. Hm gut. Okay. Auf geht klar. Die haben wir doch keinen Bock zu kommen. In Kürtus. Ja, was immer ihr wünscht. Mhm. So. Erstmal weg mit den Erdkolossen. Und dann weg mit mir. Ja. Gut. Ein Versuch noch. Ich habe ja die Erdkolosse schon mal tot. Hm. Ich warte. Nun gut. Stirb. Kehrtür. Und nähere die Kehrtür auf uns Mann. Ja. Was immer ihr wollt, wenn ihr es wollt. So. Du kommst auch mal hier raus. Ich hoffe, das ist kein Omen für das, was auf uns zukommt. Natürlich. Wir müssen darauf achten, dass Gleichgewicht und allen Dingen zu wahren. Ich warte, wenn es das ist. Gut. Zwei sind wir schon mal los. Die Dienerin der Natur ist ich schon erledigt. Ja. Na komm, dann locken wir sie mal raus. In Kürtus. Verstanden. Ja. Ich werde langsam müde. Aber gerne. Könnten wir nicht eine Pause machen? Die Natur nimmt das Leben des Egalen. Wir müssen bald. Wo ist schon Scheiß der Liebe? Der Geist ist willig meins. Für die gefallenen Körfer verlangt. Meine Beine türen sie. So viel bin ich noch nie in meinem Leben gelaufen. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Ich freue mich. Wir bringen uns hier noch so aus. Ja. Ich bin bereit. Die Olifariden. Und Ultralifiden, wie ich sie ständig nenne, auszusehen. Ja. Ich bin ja noch ein bisschen stärker als normale Gedankenschinder. So. Vita. Mord. 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 Keine große Herausforderung. Jetzt machen wir hier aber mal einen normalen Save. Wir kommen doch ganz gut voran. Man merkt, ich habe ein bisschen mehr Erfahrung mittlerweile mit solchen Spielen. auch mit solchen Lehm-Taktiken wie Türen zu machen, aber anders geht es teilweise ja nicht. So. Dann machen wir hier einen Cut und sehen uns dann gleich wieder im Rest des Elefinen Dungeons. Also. Bis dann. Hts nue. Hänen. Aaaahe?" sorgen-